Seit langer Zeit meldet sich mal wieder der Friesenstein hier oben aus Ostfriesland und zeigt euch jetzt irgendwie was sein könnte wenn Künstler bedingungsloses Grundeinkommen kriegen würden. Hier sind welche die üben gerade an einem Stück von den Beatles. Why don't we do it on the road? Ja die tun einfach so rein hypothetisch wenn die Beatles heute noch leben würden würden sie das vielleicht so spielen. Angenehme Zeit. Ciao Ciao Why don't we do it on the road? Why don't we do it on the road? Why don't we do it on the road? No one is really watching us Why don't we do it on the road? 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 Why don't we do it in the road? No one is really watching us Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? No one is really watching us Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Why don't we do it in the road? Liebe leben, lachen lernen, bedingungslos, wieder bedingungslose Grundeinkommen, bedingungslos gnadenlose Musik bis zu meinem nächsten Stück. Man lässt mich ja sogar von der Sonnenblume bedingungslos verröhnen. Ja, schön. Why don't we do it in the road?